So, es geht bei der Aufgabe 15 geht es um Radon 226 und 80% sollen zerfallen. Und ich suche die Zeit. Gesucht T ist gleich die Zeit, nach der das zerfällt. Und in der Aufgabe steht frech, man soll die Halbwertszeit ermitteln, herausfinden und schaue beim Internet nach. T 1,5 ist 1600 Jahre, 1600 Jahren ist die Hälfte weg. Und als Physiklehrer sage ich, diese 226 solltet ihr schon noch wissen, wenn man da im Internet nachschaut, dann stellt man fest, das hat 138 Neutronen und 88 Protonen. Diese Protonen sind fest, wenn es nicht 88 wären, wäre es kein Radon. Aber die Neutronen, die könnten auch eins mehr oder weniger sein. Das sind aber die verschiedenen Isotope des Radons und wir wollen des Radons 226 wissen. Andere Isotope hätten eine andere Halbwertszeit. So, jetzt zur Mathematik. Ich habe die Formel N von T gleich N0 mal 1,5, also 0,5 hoch T durch T 1,5 einsetzen. Hier habe ich 80% und sowas. Wenn ich keine Zahlen habe, sondern Prozent, dann setze ich auch hier immer Prozente ein. 100% war der Start. Zurück. Und hier habe ich eben nicht 80%, weil 80% sollen weg sein. Nochmal nachlesen. Genau lese. Nach welcher Zeit das... Ja, zerfallen. Gut. Also sind hier 20%. Also immer genau lesen. Mal 0,5 hoch T durch 1600. Dann mache ich im nächsten Schritt die Prozente weg. Also die sind ja... Das ist einfach nur 0,2 und 1,0. Kann man noch weiter weg tun. T durch 1600. Jetzt kommt Mathe dran. Ich muss nach T auflösen, aber das können wir gar nicht. Die sagen durchprobieren. Also ich weiß ja schon, wenn T gleich 1600 ist, dann habe ich nur noch 50%. 0,5. Und jetzt einfach so T gleich so ein bisschen rumprobieren, bis man in der Nähe von dieser 0,2 ist. Die Lösung funktioniert mit dem Logarithmus. Da gibt es eine schöne Taste am Taschenrechner und das lernen wir auch noch. Kommt aber später. Im Moment haben wir keine Chance, dieses T rauszufinden. Und jetztwaysأ26 Euro. Und dann war wir das andere diffusion. Das ist sehr wichtig.